Und dann würde ich sagen, gehen wir mit Meloneneis in die Folge, oder mit Lone, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es Meloneneis ist oder Melone, gehen wir in die Folge 273 von Stream Clips Germany, nicht Twitch Clips, ich weiß nicht, was Twitch Clips Germany ist, das ist doch nicht weird, danke für die 50 Bits. Eigentlich müsste dieser Stream für Stream Clips Germany irgendwas hergeben. Und damit willkommen. Bei Stream Clips Germany. Exactly. Das ist aber ein richtig nices, ich mag das Layout, seht ihr das? Das ist richtig cool gemacht, das ist voll kreativ. I really like that. Sag Mann, danke für den elfte Monat. Du wirst hier nie, nein, du wirst hier nie wieder rauskommen. Danke für die Elf, die Elf ist eine wundervolle Zahl. Vielen, vielen Dank, Sockenmann. Clips Germany irgendwas hergeben. Ist richtig schön gemacht. Ich mag die Katzen, die sind auch toll. Vor allen Dingen die TapTap, ich liebe die TapTap Cats. Bongo Cats. Die kann man bestimmt irgendwann später aufschneiden. Oh, warte mal, die kann man, oh wait, what? Die kann man aufmachen? Not the dog, not the dog, not the dog, not the dog, not the... Nein, Churchill! So, ist the dog okay? Did he die? Weiß jemand, wie es ausgegangen ist? Weiß jemand, wie es ausgegangen ist? Ich möchte nicht, dass der Hund gestorben ist. Danke für den Follow, Manuel. Viel Spaß mit dem Follow-Evors. Weiß jemand, gegronkt? Einfach, einfach gegronkt. Atlas, einfach gegronkt von der Tür. Jetzt sind Türen sogar gronkt. Nein, nein, kommt mir nicht mit dem Türenbuch. Kommt mir nicht mit dem Türenbuch. Kommt mir nicht mit dem Türenbuch. Stop it. Wagt es euch. Der Hund hat überlebt, das ist super. Wir so ein bisschen abschneiden. Das ist das Wichtigste. Äh, w-w-w? Nein! Was? Nein! Was? Was? Aber warum, 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 warum? Was? So ein bisschen abschneiden. Nein, Churchill! So, wir so ein bisschen abschneiden. W-w-was wollte er abschneiden? Was? Aber warum, aber warum, aber was wollte er denn abschneiden? Warum, warum? Gehst du mit? Nein! Geht doch nicht mit der Schere, seine Haare. Aber dann, aber dann setzt doch das Ding ab. Äh. Oh, the last of us will ich auch unbedingt mal spielen. Habe ich eine Anzeige bekommen, also, erst mal. Ich zeige jeden Stream meinen Schwanz. Keiner hat mich bis jetzt angezeigt. Nicht? Ich krieg sowas von dem Männeln. Jetzt! Oh mein Gott, shit! Oh, hab ich eine Trö... Ja, weil ja das Korbführer sind... Also, zumindest bei mir sind die tatsächlich ein bisschen schwierig. Also, ich hab das probiert für Streamen, aber ich hab nen Delay. Und das ist ein bisschen blöd. Hallo, Blibblub. Hallo, Blibblub. Ich raste aus, ich hab nur mein China-Bede. Ey, Übers, das ist so geil, wir an den Trä... Alter, der Dialekt ist aber... Oh nein, nein, heute geht alles schief. Ich halt gleich raste aus, Mann. Oh Mann, heute darf ich mich nie freuen, oder was? Der Dialekt. I am... I am in love. I am literally in love. Warum ist der so klein? Mein Life. Warum steht der... Hallo? Ist der... Wagt es euch? Nein! Jemand... Ja, schon nein! Ich brauche einmal... Das Konzept... Es ist Bluetooth, Hexer. Wesen. Mail von Amazon. Lieferverzögerung. Guten Tag. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass sich die Lieferung einiger Artikel aus Ihrer Bestellung verzögert. Wir bemühen uns in den verspäteten Artikel so schnell wie... Warte, warte, Entschuldigung. Wrong, es tut mir leid, ich muss dich kurz unterbrechen. Welches Spiel ist das? Welches Spiel ist das? So geht's mir nicht oft. Hallöchen übrigens, Alga. Sorry, dass ich den Schwanz nicht habe. Das ist voll okay. Ah, das ist Final Fantasy XIV. Okay, den hab ich tatsächlich richtig im Kopf gehabt. Aber warum gibt es so kleine Charaktere in Final Fantasy XIV? Was sind die? Also welche Art sind die? Haben die irgendeine Art? Ist das nicht der Luna Simulator? Ihr seid doch Scherzkekse. Ihr seid Scherzkekse. Oh Gott, ich muss noch kurz was schreiben. Hallöchen Rex. Nicht Nolf, die sind kein Nolf. Da gibt es auch Rasten in Luna Größe. Was sind sie für eine Art? Das ist ein normal großer Char. Das glaube ich euch nicht. Ich glaub dir nicht. Die kleinen Char heißen Lala Fell. Aber in dem Fall sind es nur sehr große NPCs. Nein! Die Bevölkerung war nur ganz groß. Ach, come on! Scheine Hobe. Irgendwie... Nö. Mail von Amazon. Lieferverzögerung. Mh. Guten Tag. Leider müssen wir Ihnen mitteilen... By the way, ich liebe die Namen. Es tut mir so leid, dass ich nochmal Gronkh unterbreche. Wie kann ich es wagen, ihn ständig zu unterbrechen? Es tut mir sehr leid. Aber Old Didi, ich liebe einfach Twitch-Namen manchmal so hart. Black Nebula, Lurchi Girl, Schlafnuss, Niffi Kniffi. Das sind so coole Namen, damn. Twitcher sind so... ...verzögert. Wir bemühen uns, ihnen den verschiedenen Artikel so schnell wie möglich zu liefern. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Ja. Details. Bestellung Pipapo. A Company Man Blu-Ray. Bestellt am 29. März 2022. Ja, die hat sich ein bisschen... sie hat sich ein kleines mini 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 Ich komme nicht höher. Nur so ein kleines Minibisschen verspätet. Aber nur minimal. Deutsche Bauanträge, be like. Deutsche Bahn, be like. Deutsche Bahn muss erst mal gedreht werden. Aber das ist ja aber trotzdem minimal. Das ist ja trotzdem minimal. Sekunde. Hallo Motor übrigens. Ist wahrscheinlich noch auf Videokassette. Ah, bei 2022 gab es schon Blu-Rays. Ach nee, er hat gesagt, dass es eine Blu-Rays ist. Ich bin... Leute, wir müssen Gronkh auch richtig zuhören. Er hat gesagt, es ist eine Blu-Ray. Pünktlicher als die Bahn. Probably. Probably. Du und Psycho, zu dem Kommentar, was du hattest. Manche Leute auf Twitter brauchen wirklich eine amerikanische... äh, eine amerikanische Größe an Beruhigungstabletten in letzter Zeit. Aber das ist alles, was ich zu dem Thema sage. Weil... What the freak? Ich bleib lieber nicht auf meiner For You-Page in meinem deutschen Account momentan bei Twitter, sondern ich bleib lieber auf meiner Following-Page. Weil dann krieg ich richtig schöne... dann krieg ich richtig, richtig schöne Artworks und sehr, ähm... und sehr schöne Bobas. Und dann bin ich happy. Und auf meinem englischen Account krieg ich das auch. Weil auf meinem englischen Account wird mir das nicht reingespült. Gott sei Dank. GG, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das Gäme dir schon Tutorials einbindet, ja. Mana, mana. Oh, oh. Oh mein Gott, du hast so gut gemacht, du bist so gut. Das ist amazing. Juh! Juh is such a cutie pie. Aber es geht nicht. Ich bleibe ganz weg. Ich mag Twitter. Aber nicht, wenn es brennt. Aber ich mag Twitter. Auf Blue Sky. Ja, ich muss mich mal wieder ein bisschen mehr mit Blue Sky beschäftigen. Aber ich mag Twitter, to be honest. Ich mag Twitter. Auch mit dem Mist, der in letzter Zeit geschehen ist. Ist Twitter okay und ganz schön eigentlich. Aber manchmal muss man einfach sehr viel muten. Und in letzter Zeit mache ich das oft genug, weil ich gemerkt habe, okay, bestimmte Leute muten, tut meiner Gesundheit, meiner mentalen Gesundheit gut. Deswegen mute ich einfach ganz viele. Wisst ihr, das Ding ist, ihr müsst die noch nicht mal blocken. Weil das Blocken können halt Leute auch mitbekommen. Ihr könnt sie einfach muten. Kuchen streamen, geil. Ja, da ist Schnalle. Du musst die auch festziehen. Wir haben den gleichen. Du musst die festziehen, die Schnalle. Anders, komm. Ah, das war das Problem. Darüber reden wir nicht. Mann. Oh, sie macht es genauso wie ich. Ich mache auch immer das Backpapier rein, damit man den besser vom Boden abbekommt. Oh, die Kekse sehen so gut aus. Es klebt. Es klebt. Oh, what? Wait, no. Es klebt. Alter. Oh, no. Warum steht da eine Mikrowelle? Du, der guckt nur auf die Kekse. Natürlich gucke ich nur auf die Kekse. Auf was soll ich sonst gucken? Klippi. Kekse. Klippi. Kekse. Oder Bugspray. Ja, das ist auch eine gute Idee. Eine Mikrowelle? Warte, nee, das ist ein TV. Hat er gesagt, es ist eine Mikrowelle? Ich check nix. Warum steht da eine Mikrowelle? Ach so. Darum steht da eine Mikrowelle. Kekse sind kleine Cakes und Luna schaut immer auf Cake, ja. Linda ist der Bücherwurm. Ich bin eher der Kinowurm. Und ich bin der Kapuzenwurm. Oh, das ist schon sehr sympathisch. Situationskomik. Das krieg ich nicht hin. By the way, das schaff ich nicht. Das schafft er aber wieder. So, so random. Ja, das sind Dad-Jokes, aber ich mag Dad-Jokes, okay? Die sind mir sympathisch, die Dad-Jokes. Aber das Ding mit den Dad-Jokes ist halt einfach, ich krieg die nicht einfach so hin. Slash kann in Spieletiteln easy vorkommen, nenn mir einen. Warte, was? Dreimal Slash kann in Spieletiteln easy vorkommen, nenn mir einen. I don't know. Nenn mir einen Titel. Slash, 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 slashes, https, slash, slash, twitch.com, slash, everyluna ever, followen. Da kommt der Slash dreimal dran vor. Natürlich kannst du Situationskomik, aber du merkst es halt nur selten selber. Ach, ist es deswegen lustig? Guckt ihr mich deswegen, weil ich ignor... Guckt ihr mich... Gleich anfollow. Was? Damn. Nicht zweimal hin, nach dem HTTPS kommt doch ein zweimal Slash. https, slash, 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 www, punkt, twitch, punkt, tv, slash, everyluna ever. Da, da ist ein Double Slash drin. Aber er braucht drei. Aber da sind doch drei. Da ist doch noch ein Slash. Aber halt nicht nacheinander. Aber da sind doch Slash. Und der Doppelpunkt fehlt. Hä, natürlich! HTTPS, Slash, Slash, und irgendwo kommt noch ein Doppelpunkt. Und dann ist noch ein Slash. Bei everyluna ever. Wir sind halt nur nicht hintereinander. Ehe. Bei Falk gibt es drei Slashes. Nochmal kurz. Really? Hi, Aro! How are you? That is a very cute camellian mode we see there. Hi, I hope you're doing alright. Ehe. Oh. Mit welcher Einheit misst man Unzufriedenheit? In Manometer. Warum muss ich das mich, das bekommt? Warum? Habt ihr, habt ihr gewusst, dass das mich bekommt? Habt ihr, habt ihr gewusst? Eine Minute. Oh, sie sieht gut aus. Wer hat das hochgeladen? It's like a million degrees outside. She looks good. Ja. Okay. Hä? Warte mal. Da stand doch gerade. Oh. Okay. Ich mag das nicht. Okay. Oh, guys. Das ist ein Spiel für dich sicherlich doch. Sehr lieb. Sehr lieb gewesen. Waaah! Nein. Nein. Nein, 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 nein. Hör auf. No freaking way. Oh, guck mal. American Truck Simulator. I love that one. Patrick Skin. Yes. Guck mal, ich bin genauso gut im Autofahren wie sie. Sie ist genauso gut wie ich. Dem Auto geht's gut. Macht dir keine Sorge. Der kann das ab. Hi, Scheune. Hey, siehst du nicht, dass ich hier stehe? Du Pisser! Ja, das hatte ich auch schon mal. Oh mein Gott, ich hatte legit mal in, nee, war das in Euro Truck Simulator oder so? Die haben mir die Vorfahrt genommen. Ich hab extra drauf geachtet, ob ich Vorfahrt habe. Einmal achtet man drauf und dann nimmt das Ding einfach die Vorfahrt. Jedes Mal. So ein Schwachsinn. Frech, ne? Absolut frech. Dann bin ich heute Nacht unter eurem Tisch. Oh Gott, warte ich mal. Oh Gott, oh Gott. Oh no. Warum? Es werden immer mehr Kameras. Ich muss nach Australien. Oh, ich hab mein Ei geknutzt. Was? Meine Kabel stehen geblieben. Das, das ist, das ist, das war gerade das. Meine Kabel stehen geblieben. Ja, ja. Ich meine, du hast einfach nur die Kam ausgemacht. Was? 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 Das will ich jetzt hören. Das will ich jetzt hören. Und sie isst unter dem Tisch. Also ich kenne dein Genussgesicht. Glaub mir. Ich sehe gerade so aus, als wäre Leiser unter dem Tisch. Leiser, es tut mir leid, ich meine das nicht so. Kein Problem, du kannst auch sagen, dass ich unter deinem Tisch bin. Ich meine, also ich habe eine Idee, wie Krissi darauf reagieren wird. Vermutlich, würde ich jetzt mal sagen. Ich sehe das nicht als Wettbewerb. So ist es nicht. Ich habe gerade so erzählt. Dankeschön, wie war das? Okay, dann bleibst du alles. Warte, jetzt muss ich die Erklärung lesen. Es tut mir so leid. Naja, eigentlich ist Fall auch zwei. Ich kann es nicht sehr gut lesen, dadurch, dass alles durchgestrichen ist. Dankeschön, Nakuma, für den Rate. Mein Name ist Nuna, es ist auf meinem Kopf. Seine Quale heißt Quente. Wir schauen uns gerade ACG an. Danke, dass du mir deine Leute vertraust. Setz dich gerne mit dazu. Ich muss wieder nach Australien abreisen. Da bin ich. Ich hoffe, ihr hattet den wundervollen Stream. Dankeschön, dass du hier bist. Thank you so much. Dankeschön. Die Cam ist eingefroren, ja. Okay. Du, ich freue mich. Wir sehen uns ja Mittwoch, oder? Oh, da war was. Ress ist auch dabei. Da war was. Die hatten sicherlich Spaß auf der One-Up, auf dem Festival. Die hatten sicherlich richtig viel Spaß. Ich glaube, Tische sind vor Ort auch vorhanden. Dann kann man Tisch über... Dann kann man Schach spielen. Nee, warte, kann man dann dieses Schach-Ding spielen? Ah, nee, das spielt man mit dem Brett, nicht mit dem Tisch. Aber ein Tisch ist doch eigentlich nichts anderes als ein Brett. Also könnte man auch Schach mit dem Tisch spielen. Oder? Macht das Sinn? Die drei hatten sicher Spaß. Bestimmt. Ich freue mich. Ich glaube, ich freue mich, dich am Mittwoch zu treffen. Was? Ihr könnt Schach mit dem Tisch spielen. Ich finde den Greenscreen super. Ich finde den Greenscreen super. Das war nur eine Party von denen. Ich glaube eher, die wollten unter dem Tisch spielen. Ich bin mir sicher, dass sie vielleicht auch Schach spielen wollten. Die wollten bestimmt auch Schach spielen. Äh, wartet, 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 wartet. Ich bin mir sicher, dass sie Schach gespielt haben. Warte, warte. Dem anderen auf den Kopf. Und haut sich dem anderen auf den Kopf. Und wenn einer umfällt? Dann muss man Schach sagen. Schach. Kennst du Zwergärger? Siehste? Einfach Schach. War das nicht Doppelkopf? Nee, das ist Schach. Zwergenschach. Zwergärger. Wer fährt denn noch konventionell auf Straßen? Oh. Wer braucht Straßen? Die Welt ist unser, unser, nee, warte, der Mittelpunkt der Erde ist unser Ziel. Hier ist der auf On. Und dann Stufe 3. Was ist das? Oh, 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 oh. Das klingt nicht gut, das klingt nicht gut, das klingt nicht gut. Alles ist kaputt gegangen. Das klingt gar nicht gut, das klingt gar nicht gut. Ach, so ein Heizgerät, oh. Oh, das ist so ein pretty Bild von Kiel. Und, 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 und Asche. Oh mein Gott. Warum wird Ilja mit Weintrauben gefüttert? Ich will auch mit Weintrauben gefüttert werden. Frechheit. Absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Wie hat der Waschbär das verdient? Kiel sollte mit Weintrauben gefüttert werden. Tatsächlich ist das, es ist ähnlich wie mit Treuepunkten. Danke, Torbe. Wie mit Treuepunkten im, keine Ahnung, wo kriegt man Treuepunkte? In der Apotheke. In, 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 in. Payback! Das sind die Ultimativen. Treuepunkte. Rewe, genau Danke für die Bitties Thank you, Reno Luna frontet einfach wieder Ilja, I'm sorry Hallo, Deva Weil ich wollte, dass er mit drauf ist Und warum kriegt er die Weintrauben Und nicht Kiki Kriegt man treue Punkte in der Apotheke Oh, wie schön, dass sie wieder da sind Das ist diesmal Krebs, Syphilis Nö, ich hätte alles sagen können Außer die Apotheke Ich hätte alles außer diese scheiß Apotheke Sagen können Nö, meine Mama hat auch treue Punkte bei der Apotheke Beziehungsweise bei ihr Heißen die irgendwie anders Aber meine Mama hat auch treue Punkte Punkte Bei der Apotheke Richtig viel, die haben dafür so einen Die haben dafür so einen Wie heißt es? So einen Blutdruck Flugmessgerät bekommen Und richtig coole Sachen Die Apotheke gibt da richtig coole Sachen raus Weil, naja, meine Mama Mein Stiefvater Kriegt so viele Medikamente Meine Mutti kriegt auch einige Medikamente Und dann gehen sie einfach rein Und dann sind sie so alle Und dann kriegen sie immer so So treue Punkte Und kriegen richtig coole Sachen Ja, Bonus-System Das ist schon amazing Ja, bei euch sind es Thaler Ich weiß nicht, ob die auch so heißen Drei dieser Blätter von mit Aufkleber Waren Brokkoli auch Nee Ich bin aber immer noch der Meinung Dass die meinem Ähm Ähm Dass die Ähm Mein, 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 mein Äh Wartet mal Mein Brain ist Ich muss mal kurz runterfahren Wo war ich? Was hab ich gesagt? Kirito, gute Nacht Ach nein, Brokkoli Genau, ich bin der Meinung Dass mein Stiefvater Vielleicht mal Brokkoli Verschrieben Bekommen sollte Weil er halt chronische Schmerzen hat Ich hab Brune abgeschossen Das war grad so Windows-Neustart Musst du grad so Iuuu I'm not cute Und ihr müsst kein Geld Für mich ausgeben Ich liebe Artworks Aber ihr müsst kein Geld Für mich ausgeben Ich, ich, ich gebe schon Künstler Wisst ihr, das Problem ist Ich gebe Künstlern immer so viel Ich, ich, ich will so viele Künstler Beauftragen Aber Wisst ihr, wie teuer Kunstwerke sind? Sehr teuer Und ich, ich, ich will So viele Leute unterstützen Das geht einfach nicht Manchmal frage ich mich auch Ob mein Vater auch Brokkoli bekommen sollte Aber beim chronischen Husten helfen würde Das ist eine gute Frage Bei ihm ist halt wirklich Chronische Schmerzen Und er kriegt halt immer Also er hat eine Zeit lang Ich will jetzt nicht das Falsche sagen Also er kriegt Opiate Das ist, glaube ich, euch bewusst Wegen Also und das Ding ist Die Teile helfen noch nicht mal Also er kriegt Schmerzmedikamente Opiate Sehr starke Schmerzmedikamente Und die helfen noch nicht mal Und das Ding bin ich manchmal Am überlegen Ob es ihm vielleicht helfen würde Ähm Aber gucke mal Also er hat eine Zeit lang Oxycodone bekommen Und so Also Schon sehr krasser Stuff Dankeschön, Moto Für den zweiten Monat Thank you so much Vielen, vielen, vielen Vielen, vielen, vielen Vielen Dank Thank you so much Für deinen zweiten Monat mit Prime Dankeschön Dass ich wieder dein Prime-Steamer sein darf Thank you so freaking much Und man muss sagen Für die 100 Bits Oder du nimmst billiges AI Nein, danke Ich möchte meine Human Artists unterstützen Aber es ist manchmal echt schwierig Mittlerweile Zwischen AI Und echt Zu unterscheiden Deswegen frage ich immer Beispielsweise Liv oder so Wenn ich mir unsicher bin Bin ich immer so Liv help Oxy hilft schon nicht mehr Ja Beziehungsweise Er hat es halt schon zu lang bekommen Und musste deswegen jetzt was anderes nehmen Aber das Oxy hat damals schon nicht wirklich geholfen Und die Ärzte sind so Ja nimmst es einfach weiter Und du denkst ihm so Ja Hm 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 Ärzte in Deutschland halt Ne Einmal noch Kind sein Hier in Deutschland Das wird ja wohl noch erlaubt sein Aber mit Mikro ist schwierig Alter wie cool ist das denn Ist das denn so gedacht Dass Kinder hier ruchen Das ist ja Ja Papi Ich hab das Problem mit Hintergründen für den Stream Ich hab jetzt ein paar gekauft Wo ich dann erfahren hab Dass die AI sind Und da hab ich gerade echt Probleme Das ist ja nicht für mich Komm zurück Flame Dann musst du ja auch nicht alles machen Okay Aber geh Mach doch mal Und die Jünger sagt zur Älteren Mach ne Mal Ich hab mich hingeguckt Ich sag dir ne Ich muss irgendwas Falsches gegessen haben Ich hab so Durchfall Seit Tagen hab ich Durchfall Hab überlegt Ob ich mich einklinke ins Gespräch Habs nicht gemacht Ich hab so getan Als würde ich sie nicht verstehen Seit Tagen hab ich Durchfall Ne Wirklich so schlimm Ja ich sag dir ne Wie Wasser Wie Wasser Mehrmals am Tag Ich kann gar nicht so viel trinken Das fällt da sofort wieder raus Durchfall Richtig schlimm Riecht auch ganz übel Ich glaub Du by the way Wenn ihr tagelang Durchfall habt Und es nicht gut riecht Das kann echt gefährlich sein Weil das können bestimmte Bakterien sein Die das verursachen Das kann mega gefährlich sein Bitte geht zum Arzt Bitte Ich glaub ich hab mir irgendwas eingefangen Und dann hält der Aufzug Und jeder Stockwerk sieht einfach gleich aus Und weil die ja in dritten raus mussten Dachte ich das ist deren Stockwerk Und dann stehe ich da so Und dann schaut mich die Frau an und sagt It's yours It's five It's yours Und in dem Moment sag ich Ach ist die fünf Ja da muss ich raus Ne Schönen Abend noch Ja Tuna Vielleicht solltest du das machen Oh mein Gott Ich war nach dem Essen ein bisschen später Weiß im Klo Oh mein Und kennt ihr das Wenn man sich so über Gerüche Manchmal an Situationen oder Orte erinnert Und ich Ja Ich hab nicht erwartet Dass es dahin geht Aber nach der vorhergehenden Story Macht das schon mit dem Storytelling Sehr viel Sinn Und riech so Und dachte so Ah Das riecht wie meine verstorbene Oma Also Also Wir fangen mal an Was Oh wie cool Geh wahllos Das musst du auch machen Wenn du noch da bist Ich möchte dann auch wissen Wie er das Ich gehe in der Hundewiese vorbei Und denke an Berlin Oh Eure Meinung ist mir immer wichtig Alter das ist so cool Hab ich vorhin gebastelt Frag nie wie Koki Frag nie wie Das ist ja mega nice I love that Wenn du noch da bist Ja ich wusste nicht Ob du morgen früh raus musst Deswegen Frage ich Und an die Wand Zwiebel sehen Das Was sehe ich bei dir Das sehe ich bei dir An der Wand Sage ich dir Ich denke Ich werde es bei einer halben Oh Gott Was 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 Da ist ein Fenster Oh Gott Wir sind hier im Erdgeschoss Und auf einmal stand mein Vater da Deswegen würde ich nie im Erdgeschoss wohnen wollen Argus viel Spaß im Dirk Mach mal kurz auf Sind Ne Warte mal Warte mal Ich muss noch ein Stück Ja okay Okay drei Hast du mit Sprinten Ja Warum Warum wird der Warum Wird der Finger Woran erkennt man Dass man alt ist Wenn die Themen Stuhlgang Stuhlgang Krankheit Und Rente sind Du Flame Das könnte auch heißen Dass du gerade ein Kind bekommen hast Aber das muss nicht unbedingt heißen Dass du alt bist Das könnte auch sein Dass du ein Kind bekommen hast Oder Wenn wir die Wenn wir die Rente weglassen Dass du gerade den Hundewelpen Zugelebt hast Weißt du wie viel Oh mein Gott Weißt du wie viel Hundemamas und Papas Über Weißt du Wie viel Hundemamas und Papas Über Den Stuhlgang ihres Hundes reden Und auch Katzenmamas und Papas Sehr viel Ja Und auch wenn du Mutter geworden bist Oder Vater Von einem Baby Reden sie sehr oft Leute Ich weiß nicht Sollte ich jemals ein Kind haben Ein Hund Oder eine Katze Ich sehe mich jetzt noch nicht Wirklich über den Stuhlgang Meines Fellbabys Oder Actual Babys Reden Aber scheinbar ist es eine Sache In die man verfällt Wenn man gerade ein Tier oder ein Kind hat Das ist Ja es ist ein wichtiges Thema Darüber muss man sich austauschen Ja Das ist Also Also ich weiß auch Dass gesundheitlich Tatsächlich gar nicht mal Unwichtig ist Aber es ist so befremdlich Wenn man dann einfach so Als Tochter daneben steht Und ist so Ah Meine Mutter redet Über die Scheiße Unseres Hundes Oh Die Dame antwortet darauf Und erzählt uns Wie die Scheiße Ihres Hundes aussieht Ganz normale Sonstag noch Mittagsgespräche Man will nicht dabei sein Nee Hast du noch nie gehört Wie die Hallöchen mit Alter Es gibt auch Foren Ja Aber Aber Du Meine Mutter Und die Und ihre Ihre Hundefreunde Haben da keine Hemmungen Ich hab den Stuhlgang Immer Ähm Gerochen Von meiner Katze Als ich sie mir geholt hab Mit vier Wochen Oh Gott Dass Leute Darüber reden Das ist wie neu Dann hast du noch nie Da wirklich mit dabei gesessen Oder gestanden Oder wenn halt jemand Oder wenn zwei neue Mütter Über den Stuhlgang ihres Babys reden Ja also Also die kleine Ähm Die kleine Anna Anna Elisabeth Die 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 hatte heute Nacht Ganz schöne Probleme Du da Ist es aber Rausgekommen Ich sag's dir Ach ja Und mein Joachim Elias Der 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 Du Bei dem sieht's nicht besser aus Ich weiß nicht Vielleicht liegt das An der 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 neuen Mark Die wir gerade ausprobieren Oh Gott Wenn du daneben stehst Und sie gerade Stuhlgang regen würden Und verteilen Oh Gott Kennen Hast dir das Dass es selten Sagen können Wenn und wann Ihnen was fehlt Gerade Babys Mit der Verdauung Erstmal anfangen muss Ist das ein Problem I know Hallöchen Hallöchen Skara los Hi So jetzt erstmal sagen Wie mein Stuhlgang Heute macht Oh Gott Drei Oh Bye bye Ich habe gerade über neue Mütter geredet Deswegen Joachim Elias Und hier ist seit Tagen Können wir nicht gut schlafen Weil es so windig ist hier Hier gibt's Böen von 60 Kilometer pro Stunde Quadratkilometer Ich sollte einfach auch die Fresse halten Wisst ihr was ich meine? Auch einfach mal Smallhand Mit so 60 Äh Hast du schon mal gearbeitet? Nö Ähm Also doch Aber nö Klar Guck doch mal Wo ich sitze Ich sitze hier Gute Nacht Ich sitze hier eigentlich auch gerade wie in einem Büro Und hab gerade hier wichtigen Call Achso ja Das ist voll anstrengend Ihr seid mein Business Call, Leute Ähm Jeder Stream ist im Endeffekt ein Business Call Und die Ähm In diesem Business Call besprechen wir mein Ähm Gehalt Gehalt Nein 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 Tut mir nicht Aber Hallöchen Laura by the way Ich liebe Milchbaum Milchbaum ist so freaking Ähm Schlagfertig Ich liebe das Ich liebe das Müssen wir Berichte verfassen? Ne Ich muss wahrscheinlich Berichte verfassen Achso Gehalt Donogold Nein Go work at real job Ja weil Stream ist kein echter Job Oder so Du streamst ja auch Nur mehrere Stunden Jede Woche Und machst dann noch vor Nachbereitung Schneidest Dinge Machst Thumbnails Ja Ja Dankeschön Asriel Für den Giftsab Ein Gehalt Seht ihr wir sprechen über mein Gehalt Hallo Gehalt Danke Ich hab eben Bestimmt 15 Minuten gebraucht Um alles aufzubauen Kamera und so Ich hab heute ein Instagram Foto hochgeladen Beziehungsweise drei mit bearbeiten Hat das bestimmt auch nochmal eine halbe Stunde gedauert Ähm Also Ich arbeite eigentlich 24 Stunden am Tag Dankeschön Leber Die Für den Giftsab Donogold Thank you so much Aber ihr kriegt trotzdem keine Donation Gold Das einzige was ich gestern gesagt habe Das war auf dem Runia Channel Aber das war was anderes Dinge schneiden Das macht doch jede Hausfrau Ja Hausfrau sein ist auch Arbeit Spaß beiseite natürlich auch Hab eine Ausbildung Als Erzieherin Warte 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 macht Milchbaum wirklich gerade eine Ausbildung als Erzieherin Oder hatte sie eine Ich bin mir gerade nicht sicher was sie gesagt hat Hatte sie ein Also hat sie eine gemacht Oder Ähm Ist sie gerade in der Sie hat eine Sie macht Damn Huge respect Dass sie das jetzt noch neben dem Stream hat Also weil sie ist ja dann doch schon ein großes Stück größer als ich Nicht körperlich Dankeschön das Reh für den Gifte Thank you so much Helllichen Drunga und Helllichen Morrigan Hatte anscheinend Damn Huge respect Sie ist schon fertig Auch körperlich Nein Helllichen Tag Nicht nur körperlich Was soll das heißt Ich bin nicht klein Also Körperlich Alter ich habe noch nie so einen großen So Viel hat er nicht mehr gefällt Alter So einen großen habe ich noch nie gesehen Leute Dang Körperlich auch Könnt mir nicht sagen Dass Milchbaum über 1,64 ist Don't touch me Könnt ihr mir nicht sagen Das sieht ja immer krass übelst aus Es sieht ja immer Warte mal Doch nein Guckt euch mal diesen Flex an Was ist denn da los Und da sind wir wieder an der An der letzten Vorherste Folge angekommen Krampf 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 Oh mein Gott Krampf Das ist nicht gut Was ich auch immer ausgedacht werde Ich sag immer Hast du gefernseht Beziehungsweise Fernsehst du Und da hat Warte 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 was Gut dann sagen wir nicht Was sagt die nicht Ich habe mich auch immer irgendwie Ausgedacht Das kann ich gar nicht verstehen Woher ist der Song Woher ist der Song Ich wünschte ich kann es so gut singen Das ist ein Thema davon Hab ich noch weniger Ahnung Als von Autos Von was hast du denn Anus Von was hast du denn Anus Tom Ich muss wirklich mal Guck mal wie witzig Ich finde es sehr viel Konzern Dass sie überhaupt Grüne Paprika nimmt Don't drumper Mediocre Grüne Paprika eben Ich finde es schlimmer Dass sie grüne Paprika nimmt Like Grüne Paprika Ich hasse grüne Paprika Grüne Paprika ist so disgusting I hate it Ich Okay Wurstbrotbaum Die Kombination ist die am meisten Ist die Farbe nicht egal Nein die ist richtig bitter Wen juckt die Farbe Nein Hä Habt ihr noch nie richtige Grüne Paprika gegessen Die sind richtig bitter Wie ihr schmeckt Kein Unterschied Das könnt ihr mir nicht erzählen Dass ihr kein Unterschied schmeckt Grüne Paprika Ja Zwischen gelber Orange Und rote Ist kein Unterschied Aber grüne ist so bitter Könnte das sein Dass das Wartet 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 Ähm Tatsächlich Äh Leute Okay 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 Wie 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 schmeckt für euch Koriander Also nach was schmeckt das Schmeckt das seifig für euch Könnt ihr Könnt ihr eine Eins in den Chats Äh Schreiben wenn es seifig für euch schmeckt Könnt ihr eine Eins in den Chat schreiben Und eine Zwei wenn es nicht seifig für euch schmeckt Koriander Es sind sehr viele Einsen Aber auch einige Zwei Wisst ihr Es könnte Das mit der Paprika Ich weiß es nicht Ich müsste es mal kurz nachschauen Das könnte an einer ähnlichen Sache wie Äh Äh Das mit der Mit Koriander Ähm Liegen Denn Dass Es Seifig Schmeckt Dass Koriander Für uns seifig Schmeckt Ähm Ist tatsächlich ein genetischer Unterschied Die Leute Für die Koriander Seifig schmeckt Die haben An 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 Beziehungsweise Das ist eigentlich das ursprüngliche gen Dass Koriander Nicht seifig schmeckt Ist Äh Wenn ihr Das Problem habt Dass Koriander Nicht das Problem Aber wenn für euch Koriander Nicht seifig schmeckt Dann habt ihr eine Mutation An einem bestimmten Gen Und dieses Gen Macht es Dass Koriander Für euch Nicht seifig schmeckt Und das ist eine Mutation Also eigentlich Schmeckt für Menschen Koriander Seifig Das ist so ein bisschen Ja so ein bisschen Wie Laktose Intoleranz Genau Also seid also Technically ein Mutant Wenn Koriander Nicht seifig Also nicht Seifig Schmeckt Für euch Deswegen frage ich mich Ob das Bei grüner Paprika Ähnlich ist Weil wie gesagt Immer Ich habe grüne Paprika Jetzt schon mehrfach probiert Und für mich schmeckt das Extrem bitter Also sehr 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 bitter Und ich frage mich Ob das Einen ähnlichen Hintergrund hat Ich hätte lieber Milchmutationen Mutanten Wir sind alle irgendwie Mutanten Das ist euch gleich Für mich ist grüne auch bitter Exactly Und für andere nicht Gibt es bei Brokkoli Nicht auch sowas Das weiß ich tatsächlich nicht Wartet mal Let me google Real quick Green Paprika Bitter Rot Rot Grün Geschmacks Binderheit Das wärs Das wärs Pantoppeltierchen Why do green bell peppers Ah Are Bitter Rinner Cooked Bell peppers Bell Peppers Green bell peppers Are harvested Before fully ripe Which causes bitterness Ähm Vielleicht noch Mutation Mutes C Bitterness gene Uh Interesting Bitterness gene May explain aversion To vegetables Bitterness gene 50% Haben eine normale Sensitivität Zu bitteren Essen 25 Schmecken es gar nicht Und 25 Sind sehr sensitiv Dazu Es geht um TAS 2R38 Das zwei Mutationen hat Und zwar Afi Und Palf Menschen Die die Zwei Afi Haben Sind nicht Sensitiv Interesting 70% Der Fra Aha Jetzt ist bloß Die Frage Lass mich kurz Das paper Überfliegen Aha Aha Das ist Just a good Nennis Okay Sensitivität Tensitiv Sound Sorry Eine Sekunde Guys Okay Aber welche Vegetables Gehören dazu Weil das Ding ist Ich esse Die ganzen Kohlsachen Und so Die andere Nicht so gerne Mögen Esse ich halt Total gerne Und die sind Für mich Auch nicht bitter Aber Grüne Paprika Das ist Nur die Frage Ja Ich liebe Kohl Sorry Guys Wartet Es tut mir so Leid Eine Sekunde Ne Hat mir den Rachen Verbrannt Das ist Nicht gut Das tut mir So leid Ich liebe Rosenkohl Ja Ja es kann Kohlarten tatsächlich. Rosenkohl liebe ich trotzdem. Hat Probleme mit grünes Gemüse. Jeder Art. Wartet mal. Vegetables. Let me just google real quick. Aber in welchen Vegetables sind diese Bitter-Sachen? Das ist jetzt die Frage. Wartet mal. Which Vegetables bitter das da vielleicht. Ja Brokkoli, Cabbage und Brussels Sprouts. Also in Brokkoli, Kohl und in Rosenkohl ist das auch drin. Aber... Hm. Weil dann wundert es mich trotzdem warum es für mich so krass ist bei grüner Paprika. Also theoretisch kann es tatsächlich sein, dass viele von euch, die das als Bitter wahrnehmen und die auch Probleme mit so Kohl, Rosenkohl, ähm, Brokkoli und sowas haben mit dem Geschmack, dass ihr einfach mehr sensitiv zu Bitterstoffen seid. Ich finde, alle schmecken aus dem Gewächshaus wenig bitter. Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Kohle. What do you mean? Für mich ist es auch bitter, aber nicht extrem. Für mich ist sie richtig krass bitter. Und ich weiß nicht warum. Und Dankeschön Hermos für die 100-Bitza-Löchen Hermos. Bitterschokolade ist auch geil. Ja, ja. Hm. Sorry. Ah. Es tut mir leid, dass wir gerade so viel Zeit verschwunden haben. I'm sorry. Bis jetzt. Okay, Wurstbrotbaum. Ich glaube, Wurstbrotbaum hat gewonnen mit der Emote-Kombination. Es tut mir so sehr leid, Drakon. Es tut... Ich... Das war nicht geplant. Ich... Ich bitte... Ich... Das meine... Aber es tut mir leid. Das ist... Ja, ich... Ja, ich hasse auch diesen Geruch und schwitzenden Schwänzen, äh... Was, 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 was? Menschen. Er meinte Menschen, oder? Er meinte Menschen. Wann CRISPR-Cas, damit wir das Gen für bitteren Geschmack ausschalten können? Naja, an sich ist es evolutionär schon echt wichtig, äh, Kiral. Das ist ja das Problem. Hi, erst mal. Schön, jetzt du da bist. Äh, aber das CRISPR-Cas, ähm, ähm, Gen... Äh, das... Das Gen für Bitterness ist ja sehr wichtig, damit wir halt erkennen können, wenn wir beispielsweise, äh, äh, ähm, uns vergiften. Deswegen hat sich ja, äh, dieses Bitterness... Also, Bitterness ist ja eigentlich ein Warn-Ding unseres Körpers. So, äh, das solltest du nicht essen oder nicht zu viel davon. You know? Er sagt, was er sagte, ja. Also, Bitterness ist ja eigentlich eine Warn-Ding. Deswegen ist es gar nicht so schlau, das rauszukrispern. Aber mal schauen, was die Zukunft bringen wird. Ich probiere den, der hat zu viel Sonne abgekriegt. Wir sind aber Freunde... Humpa-Lumpa-Dumpa-Di-Doo Jetzt wird es tragisch, hören Sie zu. Humpa-Lumpa-Dumpa-Di-Dee If you're wise, you'll listen to me. We are an Humpa-Land, it's both luscious and free. But not conducive to growing a bean. Yeah, beispielsweise Kaffee mag ich tatsächlich auch nicht so gerne, also nur mit viel mehr. Bitterstoffe sind gesund. Ja, ja, aber zu viel sollte man auch wieder nicht. Wie bei allem. Humpa-Lumpa-Dumpa-Di-Dum. 50 prozent ist echt mega hey nein das ist nicht das nationallied für buna größer sollten dies heißen nein die oberste was 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 oh gott was ist das ist immer toll dass du so ja in was ein wenig war das leben weißt du was warten wenn man noch mal so eine duden lektion der ist ja richtig aus dem land habt ihr das gesehen er ist da geht es dann zum beispiel um verfassungsänderungen es geht auch um die besetzt und wie schlimm ist es auch schaut aus meinem twitter page da ist die hin ja also ich würde sagen das könnte besser sein es könnte es könnte besser laufen also ist jetzt wenn ich mir so die lage anschauen hier in thüringen nicht so ideal sie reden über die wahlen ich habe familie in sachsen nein sie reden nicht über die wahlen ich dachte sie rechnen über die wahlen über die wahlen drin im hals oh was ich bekomme gar nichts mehr mit was also ich meine das passt auch zu den wahlergebnissen aber ähm aber ich bekomme gar nichts mehr mit what the frick hä ja wir haben über die wahlen geredet okay alter warum verämpelt ihr mich denn so hier gab es aber hier gab es wirklich 25 brände warum verämpelt ihr mich denn so maurice dankeschön für den follow ja nee das problem ist ich habe ja ich habe ja wie gesagt ich habe genügend familie in auf jeden fall an dieser bundesländer wie ihr wisst ähm wir reden nicht über politik in meinem stream die einzige sache die ich sagen kann sagt bitte auf gar keinen fall ach das sind ja typisch die sachsen das sind ja alles fricking nazis weil nein nein sind sie nicht und das wahl ergebnis sollte euch allen zeigen dass sie nicht nazis sind weil der großteil der bevölkerung immer noch diese eine bestimmte partei nicht haben möchte das ist alles was ich sage wir reden nicht über politik aber ich glaube als biochemiker wisst ihr wie ich zu einer ganz bestimmten partei stehe als naturwissenschaftler wisst ihr wie ich zu einer ganz bestimmten partei stehe also ja es gibt auch naturwissenschaftler die bullshit in die richtung machen es tut mir total leid aber you you know when some people say stuff doesn't exist that scientifically exists und als frau vor allen dingen als frau wisst ihr wie ich zu einer bestimmten partei stehe ich glaube das ist alles was euch ausreicht oder gründende partei der naturwissenschaft werde ich jetzt gewählt von dir es gibt eine partei der naturwissenschaft also es gibt legit eine naturwissenschaft partei wie hieß die nochmal naturwissenschaft warte wie hieß die ich glaube die partei der humanisten war das war das die partei der humanisten die haben fokus auf säkularisierung und wissenschaft ich weiß nicht was säkularisierung ist ich bin dumm äh breite bevölkerungsgruppe in den in den westlichen welt keinen engen bezug mehr zur kirche und religion haben ok pdh was ist mit phd ich lebe südlich davon und wir werden beschimpft es ist schwachsinn es ist absolut schwachsinn antireligion ah ok das wusste ich nicht kirchenfrei wusste ich gar nicht da ich hab was neues im stream gelernt leute ich hab ein neues wort gelernt ich fühl mich mal schlauer ein schlauheitspunkt wurde gegaint so hier sieht man das übrigens mit dem schaf mit den augen ganz gut das augen blinzelt ja mit den schafen damit denn es ist blau wie das meer es ist voll wie unser laderaum breiter als die asche von den wawern auf tortuga blau wie das meer geladen wie ein bordgeschütz und so weiter warte was war das nochmal für ein song den kenn ich gar nicht gerade was ist das hier für ein schweinestall so ist meine mutter jeden jedes mal mein zimmer gekommen wie sind die runtergefallen ich weiß auch nicht ja dann kümmern sie sich um die server ihr habt doch alle informatik kurs durch ich raste aus ich brauche eine zigarette ich habe geputzt weiß er wie ich bin zufällig oh mein gott das habe ich will hier spielen sehen das wollte ich unbedingt spielen das wollte ich unbedingt spielen ich habe das verlieren spielen sehen oder hatte ich richtig bock du kannst leider keinen du kannst leider sounds like we didn't do that thing but it's not going to her the rock rocks are pretty solid dude my dude du kannst niemals ein rock ein rock ein rock bear with me guys bear with me i do so ihr müsst euch vorstellen hier so party ich liebe stock images habe ich das schon mal erwähnt ich liebe stock images bis ich habe gestern auch so ein stock image gesehen ich habe gestern so ein stock image gefunden leute das perfekt beschreibt wie ich nach meiner nach meiner nach dem ich meine masterarbeit abgegeben habe aussehen werde also den blick und die pose guckt auf den blick und die pose es ist fein i am fein i am not dead inside ich bin nicht tot innerlich alles ist gut exakt ja das ist der leder verarbeitet als er wirklich dem leder verarbeitet also leder und ketten rüstung kann ich damit herstellen davon hat leder färzen der belge aber ich meine mit der mit der kirchner fertigkeit die muss ich ja noch sammeln aber ich meine dann können wir eigentlich zusammen heute abend auch bei mir noch einen kleinen raid starten wenn du bock hast also überhaupt gar kein also gar kein problem was hast du für ein level gronk gaming legend can easily outplay rock aber ich nicht ne nur gronk kann das nur gronk kann das nur gronk kann das klar nur gronk kann das du versuchst doch jetzt nicht wirklich gegen gronk anzutreten du chrissy das ist eine dumme idee das ist eine ganz dumme idee chrissy ja gronk ist ein populärer gamer creepypasta punch sounds like a weird youtube video title obviously gronk gronk sogar ein stein gronk kann alles gronken das solltest du nicht probieren oh god oh god oh god oh das sieht ungesund aus 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 oh god oh god hör auf damit das sieht das sieht das sieht sehr ungesund aus hör auf oh no bisschen yoga das sieht ziemlich cool aus die könnte dir gefallen kuro genau so weil ich auch öfter das sieht schon sehr sehr cool aus das ist mir keiner mehr meinen baum abholzen das meditieren kein yoga ich mag kein yoga das ist zu langsam wisst ihr mir wurde voll oft so vorgeschlagen ja warum machen sie nicht yoga um etwas zu entspannen und nicht gestresst zu sein dann bin ich so yoga wo du dich langsam bewege musst nein außer du selbst ich habe auch ein bisschen angst vor mir ja geht gleich los ne nein 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 oh das ist der tree fell das ist der das ist der der tree fell fall ich remember ich esse unglaublich ungerne burger weil meine oberlippenbarthaare manchmal so lang sind dass die auf dem burgerpand drin bleiben und dann isst du die mit wenn ich dann reinbeiße ziehe ich mir bald bis die eigenen haare aus oh no und das tut aui ich kann es nur nachempfinden als frau mit langen haaren das tut auch etwas aui aber das ist nicht so schlimm weil die länger sind und man dadurch nicht so ganz dolle das problem hat mit naja das ding ist halt dass die natürlich näher an der näher an der haut sind und dadurch tut es noch mehr weh ich kenne ich oh gott so viele i mean for me it's my nails eher wir haben ja schon mal darüber geredet dass ich immer noch einfach dieses stereotypische oh mein gott die tussi also das ist ja dieses stereotypische die tussi mit den gena macht nägeln macht nen drama dass sie sich nen nagel abgebrochen hat ja ja weißt du warum weil das im endeffekt zement auf ihren nägeln ist und wenn du dir dein nagel normal schon abbrichst tut das höllisch weh teilweise aber nein wir probier mal zement von deiner nagelhaut zu reißen das tut weh das natürlich macht sie ein drama draus weil es tut de höllisch weh und deswegen ist es kein tussi verhalten es ist einfach normales menschliches verhalten wenn du dir basic clean and freaking cementing von deinem es tut sehr weh ich hab mir schon nen fake nagel abgebrochen es tut höllisch weh deswegen stürzt mein oberlippenbart doch regelmäßig das macht sinn angeln oh god das wäre ja noch genauso schlimm wobei angelspiele mag ich aber angelspiele sind was anderes als angeln in real life pass mal auf jetzt noch einen deswegen keine künstlichen nägel naja ich mag meine künstlichen nägel ich mach das jetzt seit drei monaten ich mag sie weil meine nägel dadurch verstärkt sind und nicht mehr so leicht abbrechen und ich halt schöne nägel haben kann und meine nägel halt nicht scheiße aussehen und ich mich dadurch einfach wohler fühle weil ich mich hübsch fühle und deswegen hab ich künstliche nägel nagel umknicken tut auch höllisch weh ja hallo senselmann und helllichen Eimer geh doch du kleine nun das nahgerüstung ich liebe es auch unter künstlichen nägeln wachsen nägel auch schnell ja das ist überraschend krass weil unter meinen künstlichen also unter dem also im endeffekt ist ja eigentlich nur auf meinen normalen nägeln halt dieser stuff drauf you know you hear that stuff is on my nails und der rest von meinen nägeln wir haben die erstmal so verlängert dass die alle auf einer länge sind und jetzt sind sie halt richtig lang geworden in den letzten drei monaten und dadurch sind das alles jetzt meine normalen nägel bloß mit stuff drauf und lax zum stabilisieren reicht nicht nee hab ich schon probiert für den koop stream bilbt okay zumba ist yoga mit adhs zumba ist toll ich liebe zumba ich habe genügend sachen mit meinen nägeln gemacht und ich finde jeder darf selber entscheiden ob er künstliche nägel hat oder nicht und man entscheidet und es ist total schietegal was irgendjemand anders denkt to be honest wenn man sich selber hübsch fühlt just saying meine schwester lässt sich ihre nägel aufmachen sehen super aus ich bin richtig happy mit meinen ich fühle mich hübsch und das ist alles was zählt I'm happy und meine Nichte hat meine letzten rausgesucht meine Nichte hat meine letzten Farben rausgesucht weil sie hat gesagt verschiedene Blaufarben also sie hat mir aber das war so süß meine Nichte hat so ich habe sie so gefragt so hey du was soll ich mir drauf machen und meine Nichte war so sie hat extra ein Blatt geholt und hat dann mit Bund Stiften so gemalt was ich machen könnte und dann habe ich mich für blau entschieden jetzt habe ich gerade momentan drei Blautöne die fast komplett gleich aussehen aber unterschiedlich sind drauf und das macht mich richtig happy dass sie das rausgesucht hat und dann habe ich ihr das gezeigt weil sie hatte halt Geburtstag und dann war ich so hey ich gehe vor deinem Geburtstag nochmal zum Nagelstudio was soll ich mir drauf machen und dann hat sie das entschieden und sie fand es schön und ich war so so süß ja weil das durfte ich bei meiner Mama immer machen meine Mama hat sich früher die Nägel auch machen lassen ähm und ähm meine Mama hat mich früher als Kind gefragt wie sie also weil sie hat richtig krass Nailart ich lasse ja nur eine Farbe drauf machen ähm oder halt verschiedene Farben drauf machen aber meine Mutter hat wirklich Nailart drauf machen lassen und äh das Ding ist halt ähm dass 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 meine Mama mich dann immer gefragt hat hey was soll ich drauf machen und ich war so ich hab dann so manchmal so Input gegeben und dann hat sie das gemacht und das hat mich als Kind immer happy gemacht you know Legel mit Dinos drauf I wish ich weiß nicht ob mein Nagelstudio das macht ich mein ich weiß allgemein nicht ob die Nailart machen ich könnte mal anrufen Fingernebel ab und an knicken die um ja das Problem hab ich halt auch ich hab extrem weiche Fingernägel gehabt durch Vitaminmangel und alles äh dann hab ich die sind besser geworden ähm dann hab ich mit Nagellack gearbeitet dass der Nagellack ähm wieder also dass der Nagellack stabilisiert das hat auch eine Zeit lang geholfen aber seit ich halt wieder im Labor arbeite und auch den ganzen Tag Handschuhe anhabe sind meine Nägel wieder ganz schlimm geworden und ich hab mich halt einfach gar nicht mehr wohl gefühlt und ähm dann hab ich das jetzt das erste Mal ausprobiert und ich fühl mich hübsch und I'm happy with them und das ist alles was zählt und äh die Länge ist auch gut ist halt nicht zu lang nicht zu kurz also meine meine Geschwister fänden es wahrscheinlich zu lang weil die haben mich schon immer wenn ich meine normalen Nägel lang wachsen lassen habe immer so die sind so lang aber dafür kratzen sie nicht mehr das ist auch ein voll das ist auch voll gut die ähm also die kratzen halt nicht mehr wisst ihr also dadurch dass sie halt gemacht sind das ist das Problem hatte ich mit meinen natürlichen Nägeln ich hab die gefeilt aber die haben immer noch dieses Potenzial zu kratzen also wirklich dolle zu kratzen und weh zu tun aus Versehen wenn du halt an jemanden rankommst ähm aber mit den künstlichen also also du kannst dich jucken aber die sind halt nicht so scharf wisst ihr was ich meine das ist toll das ist richtig toll das ich liebe das ich find das super sorry ich bin happy die sind nicht small kommt auf die Arbeit drauf an ja ich bin drüben danke dass du mir deine Leute anvertraust ich werde gut auf sie achten ich werde sie wie meinen Adamsapfel hüten du hast einen Adamsapfel ey warte mal nee warte wie nen wie sag nee warte mein Augapfel Augapfel ja Augapfel ich hab auch gerade aber überlegt es klang so richtig mit Adamsapfel wartet Äpfel kurze mittelungen Infos Infos ja Infos das ist das ist was ganz blödes und ich komm gerade nur einfach nicht drauf weil ich gerade oh nein ist es ein Fremdwort Infos oh ich verdecke sorry aber es ist Infos 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 oh Gott ich bin so ne Fritze wo macht es Dinge bin gerade versuchen rauszufinden ich weiß was das für ein Clip ist oh no oh no wo macht es Dinge Luna ja wo macht es Dinge ja du bist dumm ja du bist dumm warte mal wenn ich sonst runtergehe Luna hat sich geklont ja aber mit meinem Schiebe die Laserwand ist immer noch da gewesen ich hab doch extra geguckt wegen der Laserwand bin doch nicht bescheuert da ich bin doch nicht bescheuert Leute ich bin doch nicht bescheuert okay ich bin doch nicht bescheuert die war da ja die Marmelade schlimm hallo Sarah Naito sorry was wird denn das ich bin doch nicht dumm Leute Toto ist eine KI Toto hat hoffentlich keine Seele wenn Toto eine Seele hat mach ich mir echt Gedanken dann mach ich mir Sorgen Leute dann müssen wir auswandern oh ja dann wandern wir aus darum hat Lyria auch keine Seele gut dass ich keine rote Haare hab ähm bin ich ja sicher ähm also Ki also ähm also ich weiß dass du glaub ich also 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 ich wollte nur mal sagen ich glaube es gibt da so einen Toggle auf der sicheren Seite ich glaub das gibt da so einen Toggle ich habe so viel Seele wie Kihi Brüste hat also keine ich bin actually das ist böse so schlecht da drin ihr könnt sagen was ihr wollt ihr könnt sagen dass meine Streams langweilig bin oder äh ich irgendwie Dinge lösche aber ich bin einigermaßen okay in dem Spiel in welchem Spiel ich würde sagen das ist Rihanna Umbrella Umbrella Rihanna oh oh nein okay Leute Chat kennt ihr Jump King oh nein dieses Jump King da springt man und 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 dann ist man der König das Ziel ist es ganz nach oben zu kommen und der König der Piraten zu werden und ähm das Babe zu kriegen das war so klar also genau das nicht machen was mir gerade passiert ist ja okay also am besten am besten es geht eigentlich nach oben eigentlich die Betonung liegt bei diesem Spiel so wie bei den meisten Spielen die mit diesem Konzept im Kopf gemacht sind bei eigentlich ich bin ein toller Beschützer ja 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 super Beschützer ich muss da rüber ich mach das was nein der ist gerade nicht ernsthaft in meine Granate geflogen oh keiner da was mach ich jetzt mit der Waffe ähm Chat schöne Grüße an Grau nein nein das ging das ging ja wirklich das ging das ging das ging das ging das ging das ging es gab doch nicht mein Achievement den hab ich schon mal gesehen äh ja hast du schon mal gesehen das ist ja rufen wir mal die Assassinen können auch mal was tun oh danke für den Pferd haha der war gut der war wirklich gut und sehe so ein Deo ne so 24 Stunden bla 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 und ich sage Divi kann ich mich mal hier mit dem Deo einsprühen und sie hä wie was ja hier so mit dem 24 Stunden Protect gedürzt und sie sagt äh ja und ich so alles klar und baller mir das Zeug das war kein Deo oder unter den Armen unter die rechte Achse und dann sagt Divi im Background ich wusste gar nicht dass ich Deo dabei habe oh nein und ich so was ist das sonst und sie so hast du dir gerade das Trockenshampoo unter den Armen gesprüht und ich guck auf die Flasche und es war fucking Trockenshampoo und alle sind übelst am Lachen und können nicht mehr oh mein Gott wir pissen sich vor Lachen und ich steh da alter könnte schlechter laufen ja ja tatsächlich gibt ist das nicht sogar ein Hack dass man sich Trockenshampoo als Deo unter die Arme ist das nicht sogar so ein so ein Lifehack oder so ich glaube das ist sogar ein Lifehack ich bin mir nicht hundertprozentig sicher hilft naja und das hilft halt gegen die Nässe you know ah da 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 Danke schön für die Folge 273 von Streamclips Germany. Schreibt doch super gerne laser in die Kommentare. Mh, es schmeckt nach Ananas, mh, es schmeckt nach Ananas, mh, es schmeckt nach Ananas, sonst radioaktiv. Mh, es schmeckt nach Ananas, mh, es schmeckt nach Ananas, mh, es schmeckt nach Ananas, sonst radioaktiv.